Auf der Bahn 1, blaue Trikots, die Extra-Divers als Titelverteidiger aus dem letzten Jahr gegen die Wutte Tüte. Rennen jetzt gestartet. Das vierte Rennen des Tages. Hohe Schlagzahl bei den Extra-Divers. Bunte Tüte mit den gelben Paddeln, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, wenn ihr wollt, dann feuert die Paddler ruhig an. Fast die Hälfte ist geschafft. Von hier aus liegen beide Boote gleich auf. Hälfte ist geschafft. Noch 150. Kommt Leute, zieht nochmal durch. Jawohl, beide Teams kämpfen hart. Drachenkopf an Drachenkopf. Ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Zieh, zieh, zieh. Noch 50. Komm, zieht nochmal zu. Leg nochmal eine Stimme raus. Noch 40. Ich weiß, die Luft ist gestaltet. Die Muskeln tun weh. Endspurt. Aber zieht nochmal zu. Zieh, zieh, zieh. Ziemlich knapp. Siegreich. Auf der Bahn 2. Die bunte Tüte. Die bunte Tüte. 1,36. 1,36. 9. Warte, die waren zwei. Entschuldigung. 1,36. Die bunte Tüte. Gegen die Titelverteidiger. Die extra da war es mit einer Zeit von 1,37. 1,37. Also eine Sekunde Unterschied. Fast gar nichts. Das nächste Rennen bitte. Herakliden und die Black Jugglers. Herakliden gegen die Black Jugglers. Hanska, wenn du einen Zeitslot hast, dann komm doch bitte mal hier vorne in die Zielberfläche.